Das BR-Team von Meghan Markle gab bekannt, dass Prinz Harry und Meghan Markle nach ihrem Triumph auf ihre hochkarätigen Reisen nach Nigeria nach Ghana eingeladen werden könnten. Doch der Staatschef deutete ein Zeichen dafür an, dass Ghana nicht vorhabe, das Ehepaar Montecito ins Land einzuladen. Der Sussex-Sprecher sagte, dass die Beamten und führenden Persönlichkeiten des westafrikanischen Landes nach ihrem Erfolg im Nachbarland Nigeria sehr daran interessiert seien, den Herzog und die Herzogin von Sussex zu besuchen. Die Quellen, die den Mirror-Insidern exklusiv mitteilten, sagen, dass die führenden Persönlichkeiten und Künstler des Landes daran interessiert seien, dass die Sussexes nach Accra fliegen, der Hauptstadt von Ghana, die von Harrys verstorbene Großmutter, Königin Elisabeth II., so geliebt wurde. Sie werden alle Hebel in Bewegung setzen, damit sie sich wie zu Hause fühlen. Die Quelle sagte, dass es in Ghana bereits Füge, Rede und Aufregung gebe. Alle freuen sich riesig darauf, dass Harry und Meghan kommen und die großartige Kultur und Herzlichkeit erleben. Mehrere Top-Namen haben Ghana in den letzten Jahren bereits besucht, darunter Ed Sheeran, Nell Korn und Liam Payne von One Direction. Idris Elbe, der bei Harrys und Meghans Hochzeit als DJ aufgelegt hat, ist ebenfalls Stammgast. Er ist teilweise Ghana und verbringt gerne Zeit zu Hause. Die Quelle fuhr fort, Harry wird es bestimmt nicht an Leuten mangeln, die ihn herumführen, und sie werden ihm auf jeden Fall den roten Teppich ausrollen und einige der besten Afro-Bit-Künstler zusammenstellen, um ihn und seine Familie willkommen zu heißen. Vielleicht ist es also nur eine Frage der Zeit, bis Harry und Meghan herauskommen und den berühmten Yolov-Reis probieren. Meghans Beertim schrieb außerdem, der Besuch folgt auf ihre erfolgreiche Tour durch Nigeria, wo sie ihr Giants of Africa-Programm unterstützten, einschließlich eines. Ankündigung, dass sie planen, ihre Bemühungen auszuweiten, indem sie der Gemeinde Abuja einen zusätzlichen adaptiven Platz und zugänglichen Sport bieten. Heute lehnte die Sprecherin Ghanas, Präsidentin Nana Adedana Akufado, jede Einladung an Meghan und Harry ab und sagte, dass sie angesichts ihrer Kontroverse keine Pläne mit den beiden hätten. Da Ghana ein Commonwealth-Land ist, ist es für sie nicht mehr möglich, in eines dieser Länder zu reisen und sich von ihnen abzuwirben. Aber lassen Sie sie dann nach Ghana gehen und sehen, ob sie einige Lektionen gelernt haben. Nicht mit Kriminellen rumhängen wäre ein toller Start für die nächste Tour. Was ist mit allen Projekten in der Pipeline? Hat sie nicht auch ein paar Overalls und einen Podcast aufzunehmen und eine Deadline für einen Dokumentarfilm? Hat Meghan die Ghana-Anfrage der Könige nicht zurückgewiesen, oder ist sie jetzt zu 21% Ghana? Das Problem ist jedoch, dass Ghana bei weitem nicht so korrupt ist wie Nigeria und daher möglicherweise niemanden in der Regierung finden kann, der es beherbergt. Zu diesem Zeitpunkt würden nur korrupte Regierungsbeamte diese Betrüger irgendwo hin einladen wollen. Allein die Tatsache, dass Meghan Speer diese Idee verbreitet, zeigt, dass die gesamten Sicherheitsbedenken die völlige Lüge sind, die sie war.